Musik Spätestens mit 40 fragt man sich, was zum Teufel man hier eigentlich macht. Sieht sich selbst historisch und denkt sich, was man einmal gewesen sein wird. Man sieht sich von seinem eigenen Ende her und blickt auf den eigenen Anfang zurück. Ist man geworden, was man damals werden wollte? Nein. Na dann sollte man vielleicht, bevor man mit 40 nur so zum Beispiel einem Herzstillstand erliegt, von vorne anfangen und sich neu erfinden, sich rausholen aus den Geboten, Verboten, Pflichten, die man sich zuallerletzt doch auch selbst auferlegt hat. Man sollte sich auf das besinnen, was einmal die größte Sehnsucht war. Und man sollte die sogenannten Wechselfälle des Schicksals, die Gemeinheiten, Brüche, Krisen, Krankheiten, Fehler, Demütigungen als Herausforderung begreifen. Naja, dazu gehört Biss, dazu gehört Drive, dazu gehört Durchhaltekraft bis zum Gehtnichtmehr. Und man wird bald bemerken, es geht immer noch und noch mehr. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, Dekadenz sei dann gegeben, wenn man es nicht mehr als Privileg empfindet, sich anstrengen zu dürfen. Am Ende zählt nicht, wovon man sich befreit hat, sondern wozu und wohin. Und es zählt noch weniger, wie sehr man sich dafür anstrengt, verausgabt, verschwendet hat. Wenn man, wieder nur so als Beispiel, ein Buch schreiben oder einen Rembrandt restaurieren oder die sechste Cello-Suite von Johann Sebastian Bach einüben oder das schwierigste Rezept von Jotam Ottolenghi nachkochen und dann variieren und was ganz anderes daraus komponieren möchte, dann sollte man sich, meiner Erfahrung nach, nie auch noch vornehmen, nebenher mit dem Rauchen oder Saufen aufzuhören oder fünf Kilo abzunehmen. Arbeit ist alles, naja, fast alles. All that matters is work. Niemand wird euch danach fragen, was es euch gekostet hat, frei zu sein, um tun zu können, was eure größte Sehnsucht war und im Innersten geblieben ist. Nur das Ergebnis zählt. Ich bin Romossier und mein neuestes Ergebnis ist Lille. Von den zahllosen Stunden, die ich in aller Stille und nach außen hin ereignislos lesend und schreibend verbracht habe, muss ich schweigen, da sie nichts zum Erzählen hergeben, nur welche Not, welche Dringlichkeit es waren, die mich seit meinen Anfängen bis hin zum Lesen und zum Schreiben gezwungen haben und immer noch zwingen. Nur das ist erzählenswert. Steht man am Anfang und man steht immer wieder am Anfang, weiß man zweierlei nichts oder vergisst es wieder. Man weiß erstens nicht, dass Lesen und Schreiben einander bedingen, dass ein Romossier nichts ist ohne seine Vorgänger und dass man das Handwerk nicht aus Schreibratgebern, sondern nur von anderen Romossiers erlernt. Und man weiß zweitens nicht oder vergisst es wieder, dass es gerade die Gebote, Verbote, Krisen, Demütigungen, die Widerstände sein können, die einen erst zur vollen Größe auflaufen lassen. Daraus entstehen Konflikte. Konflikte machen das Leben aus. Und nur aus Konflikten entstehen Plots. Wie für einen Roman. Und nichts könnte beglückender sein, als gegen Ende des eigenen Lebens eben dieses Leben als Roman mit einem waschechten Plot erzählen zu können. Schon als Neunjähriger wusste meine Großmutter immer, dass ich, wenn ich mal wieder verschwunden war, in einer Buchhandlung zu finden sein würde. Einmal habe ich, okay, meinem Bruder sein Taschengeld entwendet, um mir drei Bücher zu kaufen, da mein Taschengeld bereits draufgegangen war, natürlich für Bücher draufgegangen war. Was ich nach Hause brachte und auf dem Teppich liegend las, weckte bei meinen Eltern eine Art Mischung aus Sorge und Amüsement. Weil es, ob Gras oder Kafka, Bücher für Erwachsene waren. Lesen wurde für mich zum Lebensgefühl. Ich las sozusagen meine erste Zigarette mit J.D. Salinger, Albert Camus, Kurt Vonnegut und Heinrich Böll. Die Schulen mit ihren damals oft tyrannischen Lehrern, die der Entnazifizierung glücklich entschlüpft waren, bildeten Gefängnisse für mich. Und Schriftsteller waren meine unsichtbaren Bodyguards. Mein Elternhaus war bei aller Liebe konservativ. Linke, auch gemäßigt linke, sozialdemokratisch gesinnte Autoren wie Max Frisch wurden verachtet. Elfriede Jelinek und Thomas Bernhard galten als Gift. Als ich mit 17 Jahren dumm genug war, meinen Eltern zwei Kapitel meines ersten übrigens streiflich epigonalen Romans vorzulesen, waren die Eltern derart abbost, dass ich von der Verletzung eingeschüchtert, die ich ihnen zugefügt hatte, mit dem Manuskript in den Garten lief und es verbrannte. Auch sei Romanschreiben, naja, kein Brotberuf hieß es. Und so studierte ich in Innsbruck Germanistik und Anglistik-Amerikanistik, schrieb eine ebendicke Masterarbeit und eine 600 Seiten lange romanhafte Doktorarbeit über die Postmoderne in der tiefsten Provinz an einem wackeligen Küchentisch mit Bleistift von Hand. In Hamburg dann um 9-11 herum meine Habilitationsschrift, die Sprengung der platonischen Höhle. Keinen Roman, aber eine Theorie des Romans. Immerhin. Es ist ein wildes Werk geblieben. Ein wildes Werk, das Nabokov, Bulgakov und Rosti gegen Platon, Hegel und den Marxisten Georg Lukacs ausspielt und das sich mit einer Entschlossenheit durchsetzte, die mich fast das Leben gekostet hat. Ich erlebte mit 40 einen Herzschichtstand. Und wer einmal fast tot gewesen ist, naja, der besinnt, der erfindet sich, der fängt neu an. Nachdem ich dem Geheimnis Daniel Kehlmanns auf die Spur gekommen war und unter Felicitas von Lohvenberg für die Frankfurter Allgemeine Zeitung Kritiken verfasst hatte, die kleinen Kurzgeschichten gleichen sollten, lud mich der damalige Chef des Karl-Hanser-Verlags Michael Krüger ein, das Buch der Bücher für die Insel zu schreiben. Eine Weltgeschichte in 33 Romanen und jene Launen der Liebe, nach denen sich mein Erzähldrang nicht mehr bändigen ließ. Ein Jahr, nicht drei, wie für diese Launen, nahm ich mir für die Niederschrift eines Romans vor. Für die Verschwörung der Krähen. Für die ich neben Daniel Defoe, die für mich eigentlichen Hauptfiguren, Daniel Defoe, Frau Mary, Mitch Crane und den Geheimagenten Smite erfinden musste, besser erfinden durfte. Endlich, endlich hatte ich mich nicht, wie zuvor an Fakten zu halten, weil man etwa über Mary Defoe nur wusste, dass sie Mary hieß und weil sich der Odysseus-listige Defoe hinter aberhundert Masken und Pseudonymen verborgen hatte. Für ihn errichtete ich Londons Hochsicherheitsgefängnis Newgate. Völlig neu als mein Gefängnis, gerade um ihn daraus befreien zu können. Und damit mich selbst. Auch Daniel Defoe's größte Feinde in Queen Anne zu erfinden war ein Befreiungsschlag für mich. Sie ging mit Defoe um, wie auch ich mit diesem Quirbulanten umgegangen wäre. Und als die Queen starb, brach ich in Tränen. Und damit begann, um es mit einem meiner Hausheiligen, Thomas Mann, zu sagen, was zu beginnen nicht aufhören soll. Der Taschengeld klauende neunjährige Leseknirps hatte sich endlich doch gepaukt. Der Teenager, der sein Manuskript einst im Garten verbrannt und sich über Jahre in erzählenden Sachbüchern einen Romanähnlichem versucht hatte, war dort angekommen, wo er immer schon hin wollte. Und der in der Verschwörung der Krähen von seinen Widersachern umzingelte Daniel Defoe, der sich aus freien Stücken in seinem Haus einsperrt, um Mollflandes aus der Perspektive einer Frau zu schreiben, war denn auch eine Inspiration, so rasch wie möglich mit dem nächsten Roman zu beginnen. Denn viel Zeit, ahne ich, glaube ich immer, habe ich nicht mehr. Und ja, ja. Genau so fühlt sich auch Sarah Cutting, die Erzählerin von Lil. Sie wurde meine Mollflandes. Ich wurde zu Sarah. Und Sarah wurde für ein Jahr mein Ich. So merkwürdig es für manche vielleicht klingen mag, noch jetzt sind Sarah und ich ein und die und derselbe sind eins. Defoe selbst wies in seinen Pamphleten um 1700 oft darauf hin und so hatte ich auch während der Arbeit an der Verschwörung der Krähen wieder und wieder gelesen, dass Frauen bis ins 20. Jahrhundert von Männern in Irrenanstalten, Nervenkliniken, Sanatorien weggesperrt worden sind. Elizabeth Packard, Abraham Lincoln's Whitmer Mary, die Frau des Schriftsteller-Stars, Edward Baldwin-Lytton, Rosina. Sehr, sehr selten war das Umgekehrte der Fall und ich fragte mich, warum? Wie sah das ganz genau aus? Wie fühlen sich diese Frauen? Und das bewegte die Männer dazu. Da war ein Keim für eine Geschichte, ganz klar. Dann kam noch etwas Erstaunliches hinzu. Ich wusste nur von einer einzigen Frau in der Geschichte der Welt, von der kaum jemand was weiß. Hattie Green, die neben Andrew Carnegie, Jay Gould, John D. Rockefeller, die Finanzwelt bestimmte und natürlich gleich als The Witch of Wall Street, als die Hexe der Wall Street verschrien war. Was wäre also, fragte ich mich, was wäre also, wenn die Frau, die später Lilian Cutting heißen sollte, im New York 1880 keine Künstlerin und feministische Aktivistin wäre, sondern eine millionenschwere Eisenbahnunternehmerin, die ihre Arbeit als schöpferische Arbeit begreift und die durch ihren Aufenthalt in der Klinik, der Nervenklinik, des sehr umtriebigen Dr. Matthew Farrell, als heillos Verrückte abgestempelt wäre. Was wäre, wenn ihr Sohn Robert Cutting ihr das rechtsstreitig machen würde, ihr Unternehmen weiterzuführen und die obersten Ränge der Stadt allesamt auf Roberts Seite stünden? Selbst Roberts, Cutting, Cora, obwohl sie, Cora Cutting, mit Robert Grund unglücklich ist. Wie bei Daniel Defoe, J.M.C., Javier Marias und zahllosen anderen mehr erzwangen diese Geschichte, aus weiblicher Perspektive erzählt zu werden. Und so ist es Sarah Cutting, die ihrem Dobermann diese Geschichte erzählt. Und hier kommt zuletzt noch einmal ein autobiografisches Element ins Spiel. Ich wünsche mir täglich, mein Schäferhund könnte mich verstehen und auch mal sprechen. Aber wichtiger, als ich um 9-11 herum an unerträglichen Kopfschmerzen litt, vermies man mich an Schmerzmediziner, die mir einen Spannungskopfschmerz und allerhand Depressionen diagnostizierten und mich dann für ein Jahr mit Psychopharmaka versorgten, die nichts halfen. Weil der Kopfschmerz, wie ein Neurologe in Wien später feststellte, ein Clusterkopfschmerz war, jener aggressive Bruder der Migräne. Ich habe freiwillig, freiwillig, sogar einen Monat in einer Nervenklinik zugebracht. Dabei hätte ich auf meinen anderen Hausheiligen, Vladimir Nabokov, hören und mich vorsehen sollen. Ich geriet an eine Kohorte von Psychiaterinnen und Psychiatern, die allesamt sagten, ich sei für eine Therapie zu selbstreflexiv und müsste mich unterordnen, unterwerfen, um, Zitat, geknackt zu werden. Knacken ließ ich mich nicht. Doch die Erfahrung in dieser Nervenklinik, aus der dann eine jahrelange, durchaus vergnügliche Beschäftigung mit allen Größen der Psychiaterbranche resultierte, gab ich an meinen Dr. Matthew Fairwell und seine Patientin Lillian Cutting weiter. Was aber, dachte ich mir, wäre geschehen, wenn die Diagnose jener Schmerzmediziner, dieser Spannungskopfschmerz, nicht nur gemeingefährlich verkehrt gewesen wäre, wie in meinem Fall und im Fall so vieler anderer, sondern wenn dieser Kopfschmerz was viel Schlimmeres bedeutet hätte. Und Schlimmeres erduldet Sarah Cutting. Darum hat sie mit der Psychiatrie eine Rechnung offen. Und hier muss ich um eines bitten. Die Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen unter euch sollten Sarah Cuttings Revanche nicht als Kritik an ihrer Berufung verstehen. Wer Sarahs Revanche persönlich nimmt, tut dies bitte auf eigene Gefahr oder wird seine Gründe haben. Lill nämlich, das Buch Lill, ist nicht gegen sie geschrieben. Lill ist überhaupt nicht gegen oder über irgendwas und wen. Lill ist kein Pamphlet. Lill ist ein Roman, ein Werk der Fantasie, das das Privileg jener fröhlichen Freiheit genießt, die die Gattung des Romans seit ihren Anfängen für sich in Anspruch genommen hat, seit Rabelais, Cervantes und Aphra Behn. Und die Freiheit ist, darauf einigen wir uns, das größte Bedürfnis des Menschen. So habe ich mich denn also befreit. Anstatt Theorien in schwer verständlicher Sprache hinzulegen, bin ich von erzählenden Sachbüchern aus ganz ins Erzählen hineingeraten und habe in Lill alles erfunden. Doch erfunden in einer Weise, dass es sich genauso zugetragen haben könnte. So habe ich mich befreit, indem ich als Romancier kein Wesen männlicher Macher sein musste, nur weil die biologische Lotterie mir das auferlegt hat, sondern eine Erzählerin sein durfte. So wie Donna Tartt in ihrer geheimen Geschichte in die Rolle des Studenten Richard Payton schlüpft. Ich habe mich befreit, indem ich mich mithin in eine Wall Street Journalistin hineinversetzte in Sarah Cutting, die die Geschichte ihrer Vorfahrin Lillian Cutting erzählt. Und Lill, Lill ist kühn, eigensinnig und kein Opfer, wie sonst oft in der Literatur. Und sie kann von Natur aus gar nicht anders, als gegen alle Gebote und Verbote ihrer Gesellschaft zu verstoßen. Lill ist frei. Widerstände beleben, Widerstände machen produktiv und führen, nimmt man es tüchtig mit ihnen auf, zum Schönsten, zu Freiheit und Souveränität. Während der Niederschrift von Lills Geschichte ist mir etwas Unerhörtes passiert. Ich wollte, ja ich musste, der Plot sei es vor, von einem Entmündigungsprozess erzählen. Und damit tat ich mir schrecklich schwer. Ich stockte, rastete ein, oh Gott, ich langweilte mich schon vorab. Den Gerichtsverfahren gibt es, ihr wisst es selbst, den Literatur und Film schon genug. Und so erstand für dieses Kapitel des Entmündigungsprozesses die Gestalt eines Richters. Stanford Brock. Als wäre er eine Hauptfigur. Richter Stanford Brock mag sich nicht sonderlich. Kinder dafür desto mehr. Trinkt vielleicht etwas zu viel, ist ein Mammut von einem Menschen. Ohne Selbstmitleid, sorgenvoll, anfangs noch uneins mit sich, am Ende jedoch nicht mehr, wenn es um Lillian Cutting geht. In den Kerker seines ihn quälenden Körpers gesperrt. Und als er durch Manhattan unterwegs ist, in der Hochbahn, die Lillian Cuttings Railway Company gebaut hat, erblickt er einen freischwebenden Bussard. Und er spannt Kraft der Luft und fühlt sich kurz wie der. So ergeht es auch mir, der ich auch dieser Richter Stanford Brock gewesen bin. Immer wenn ich hier, hier vom Balkon aus, über dem Tal die Bussarde gelöst und wie schwerelos kreisen sehe, schweige, andächtig, reglos, bis sie verschwunden sind. Untertitelung des ZDF,